. Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Wenn ein Stern jahrmillionenlang im Innern seinen Wasserstoff zu Helium verbrannt, dann das Helium zu Kohlenstoff und Stickstoff verbrannt hat und zu Sauerstoff und zu Phosphor und zu Silizium und zum Eisen gekommen ist, dann hört der Stern auf. Im Innern bildet sich eine Eisenkugel aus und der Stern erlischt scheinbar für einen winzigen Moment. Nun, im Innern verliert er seine Energiequelle, die äußeren Hüllen fallen unter ihrer eigenen Kraft zusammen, die Schwerkraft hat sozusagen tyrannisch die Macht übernommen, die schweren Hüllen knallen auf diesen Eisenkern drauf, alles fliegt auseinander, es wird noch mehr Material auf diesen Eisenkern geladen und die Hüllen schießen in 20.000 Kilometer pro Sekunde ins All und was übrig bleibt, ist ein schwarzes Loch. Vorausgesetzt, dieser Kern ist ungefähr schwerer als, sagen wir mal so, drei Sonnenmassen. Und abgesehen von diesen explodierenden Hüllen in einer Supernova-Explosion sieht man eigentlich nichts mehr. Denn ein schwarzes Loch heißt schwarzes Loch, weil es, Sie sagen es, schwarz ist. Nun sind schwarze Löcher ja überaus interessante Gebilde. Aber wenn sie schwarz sind, wie kann man denn überhaupt rausfinden, wo es welche gibt? Und namentlich, wo ist das nächste schwarze Loch? Das soll das Thema der heutigen Sendung sein. Wo ist das nächste schwarze Loch? Beziehungsweise, wie kann man denn ein schwarzes Loch entdecken, wenn es schwarz ist? Das ist ja komisch. Und schwarze Löcher gelten ja allgemein als bösartige Biester, die das gesamte Material in ihrer Umgebung aufsaugen und verschlucken. Also wie findet man ein schwarzes Loch? Diese Geschichte, die ich Ihnen heute erzähle, ist eine ziemlich dramatische. Da wird es zugehen wie in einem Zauber, wie in einer Zauberküche. Apropos Küche, was ich Ihnen heute erzähle, das hat was mit der Front der Astrophysik zu tun. Das ist ein Thema, woran ich selber gerade arbeite. Und ich will Ihnen heute mal kein fertiges Menü anbieten, sondern Ihnen mal so richtig zeigen, wie die dreckige Küche eines Astrophysikers aussieht. Ich werde Ihnen richtig hier Daten zeigen, die ganz frisch sind und wo es darum geht herauszufinden, wo das nächste schwarze Loch ist. Nun, ein schwarzes Loch übt auf seine Umgebung eine wahnsinnig starke Schwerkraft aus. Und namentlich, wenn es sich in ein Doppelsternsystem auffällt, also wenn zwei Sterne umeinander kreisen und der eine Stern sich zum schwarzen Loch entwickelt hat, dann zieht das schwarze Loch an seinen Partner und reißt ihm teilweise das Plasma weg. Es gibt also dann so einen Plasmafluss, einen Gasfluss von dem einen Stern auf das schwarze Loch zu. Nun ist so eine Situation, in der also der eine an dem anderen zieht, das kennt man ja aus dem alltäglichen Leben, das muss zu einer Beziehungskrise führen. Es führt zum Spannungszustand. Also entweder ist die Kommunikation, nämlich der Gasstrahl auf das schwarze Loch unterbrochen oder es kommt zu viel an. Wie dem auch immer sei, was immer da von dem Begleiter auf das schwarze Loch zuströmt, das wird immer schneller, es bildet sich eine Scheibe aus, weil das Gas rotiert, es wird immer heißer. Und bevor das Gas in das schwarze Loch hineinfällt, gibt es seinen Todesschrei ab, den allerdings keiner hören kann. Denn dieser Todesschrei, den schreit das Gas im Röntgenlicht, denn das Gas wird unglaublich heiß, 10 hoch 7, 10 hoch 8 Kelvin, also für die Experten im Hause, 10 Millionen bis 100 Millionen Grad heißes Gas schießt er auf das Loch zu und strahlt natürlich Röntgenstrahlung ab. So, und jetzt kommen wir zum nächsten schwarzen Loch. Zu dem schwarzen Loch, von dem wir heute wissen, dass es das nächste ist, vielleicht gibt es noch nähere, aber von denen haben wir nichts gesehen. Nun, was haben wir gesehen? Wir haben diesen Todesschrei gesehen. Am 15. September 1999 hat das Röntgenteleskop Beppo Sachs dort oben am Himmel eine Quelle am Himmel entdeckt, im Röntgenbereich nämlich, die auf einmal für 20 Minuten aufleuchtete. Und das, was Sie jetzt hier sehen können, das ist die Leuchtkurve, die Leuchtkraftkurve dieses Objektes. Man sieht also, wie die Strahlung sehr stark ansteigt, für einen kurzen Moment, man sieht diese ganzen Peaks da drin, das sind alles Ausbrüche. Das schwarze Loch ist ausgebrochen, würde man sagen, stimmt aber nicht, sondern das Gas ist ausgebrochen. Immer wieder fällt Gas auf diese zentrale Maschine und macht die Röntgenstrahlung. Und das Schlimme ist, dass es nur 20 Minuten gedauert hat. Warum? Nun, eine Explosion, würde man sagen, die geht langsam weg. Also die Bomben, zum Beispiel bei einer Atombomben-Explosion sieht man das, diese Detonationsfronten breiten sich langsam aus und vergehen. Was würde man also denken über die Leuchtkurve, über die Lichtkurve, in dem Fall dem Röntgenlicht? Nun, die Strahlung wächst radikal an und fällt dann ganz, 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 ganz langsam ab. Tja, bei diesem Objekt ist es aber nicht so. Bei diesem Objekt fällt die Strahlung stark an und dann, zack, bumm, weg. Das kann ich Ihnen sagen. Das war eine Überraschung. Das hat man noch nie beobachtet. Einen solchen Ausbruch eines Objektes hat man noch nie beobachtet. In diesen knapp 20 Minuten hat dieses Objekt in der Röntgenstrahlung 35.000 Sonnenleuchtkräfte, 35.000 Sonnenleuchtkräfte abgestrahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Was das für eine Art von Energie ist, die in ganz, ganz kurzer Zeit da freigesetzt wurde. Und es kommt noch besser. Die Entdeckung dieses Objektes, übrigens V4641 Sagittarius, also ein Objekt, was in Richtung des galaktischen Zentrums steht. Dieses Objekt kannte man schon länger im Optischen. Da hat es schon mal ein bisschen hin und her variiert. Aber dann, in diesem 15. September, als Beppo Sachs auf einmal mitteilte, Mensch, hier ist riesig was los, wurden alle Observatorien in der Welt informiert. Wer kann hinschauen? Wer kann helfen? Und so wurde unter anderem auch das große Radioteleskop VLA, das Very Large Array, in New Mexico angefordert. Und die konnten das Objekt beobachten. Und die beobachteten etwas Außerordentliches. Sie sehen hier eine Reihenfolge von Radiobildern vom 15. September. Das äußerste Bild zeigt den Ausbruch in unmittelbarer Stärke, weil er ganz stark ist. Und was Sie da sehen, ist Radiostrahlung. Also nur Radioemissionen. Was Sie da sehen, sind relativistische Elektronen, die um Magnetfelder herumlaufen und dabei Radiostrahlung abgeben. Sie sehen eine elongierte Struktur, die die Astronomen Jet nennen. Man konnte sogar messen, das sieht man im zweiten Bild, in der Mitte, sieht man, wie das Plasma sich ausdehnt und dabei ein bisschen schwächer wird. Und die Ausdehnungsgeschwindigkeit dieses Plasmas sind 90% Lichtgeschwindigkeit. Das letzte Bild, wo man fast überhaupt nichts mehr sieht, zeigt den Jet am nächsten Tag. Auch hier haben wir das Phänomen, zack, bumm, weg. Auch hier ist es überhaupt nicht zu verstehen. Wie kann es sein, dass Strahlung so schnell verschwindet? Die Teilchen müssen radikal ihre Energie verloren haben. Auch hier hat es nichts damit zu tun, mit Ausbrüchen, wie man sie zum Beispiel von der Sonne kennt. Auf der Sonne, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, gibt es immer wieder solche Plasmaausbrüche. Das Gas kommt hoch, breitet sich langsam aus und fällt größtenteils wieder auf die Oberfläche. Also eine langsame Entwicklung. Bei diesem Objekt V4641, da scheint das Material gegen eine Wand zu rennen. Also wir haben wahnsinnig starke Leuchtkraft, unglaubliche Veränderungen in dieser Leuchtkraft. Sie haben ja diese Spitzen gesehen, das geht ruckzuck. Die Veränderungen sind teilweise im Bereich von Sekunden. Und dieses Objekt ist 1600 Lichtjahre von uns entfernt. Das muss man sich mal überlegen, nur mal so als Beibemerkung. Wir sehen also etwas, was zwei Sekunden groß ist. Was heißt das, zwei Sekunden? Zwei Lichtsekunden. Das ist der Abstand, Erde, Mond und wieder zurück auf eine Entfernung von 1600 Lichtjahren. Also nicht schlecht, beobachtungstechnisch, nur mal am Rande. Nun, wir wollen ja zurückkommen zur Erklärung, warum ist das ein schwarzes Loch? Wenn man sich fragt, welches Objekt ist in der Lage, aufgrund seiner Schwerkraft, also so stark auf seine Umgebung an ihn zu wirken, dass das Gas so sehr strahlt, wie das in diesem Fall der Fall gewesen ist, nämlich 35.000 Sonnenleuchtkräfte in weniger als 20 Minuten, dann bleibt dafür nur noch ein schwarzes Loch übrig. Was ist da passiert in dem schwarzen Loch? Wie viel Material musste da reinfallen, damit so viel Leuchtkraft freigesetzt würde? Das ist nicht so einfach auszurechnen, weil man natürlich zunächst einmal von der, und jetzt kommen wir in die dreckige Küche der Astrophysik, weil man zunächst einmal eine Hypothese aufstellen muss, nämlich die Hypothese, dass es sich tatsächlich um ein schwarzes Loch irgendeiner Masse handelt. Nehmen wir zum Beispiel mal an, dieses schwarze Loch hätte eine Masse von 10 Sonnenmassen. Also der typische Überrest eines Sterns, der vielleicht 50 oder 60 Sonnenmassen hatte, 40 Sonnenmassen, seine Hüllen ins interstellare Medium zurückgejagt hat, vielleicht ein solcher Stern, aus dem wir letzten Endes entstanden sind, denn alle schweren Elemente im Universum wurden ja von Supernovae in das interstellare Medium zurückgemischt. Vielleicht stammen wir aus so einer Explosion raus. Und dann bleibt so ein 10-sonnen-massen-schweres Loch übrig. Was macht dann dieses Loch? Ich sagte ja schon, nun, das Material kreist um dieses Loch herum, weil es hat Drehimpuls. Das heißt, das fällt nicht einfach radial da ein, sondern das rotiert, das spiraliert da drumherum. Die Scheibe wird nach innen hin immer heißer und heißer. Und irgendwann muss also in diesem System so viel Material angekommen sein, dass das nicht mehr zu retten war. Das System kam in eine solche Krise, dass es zu einem gewaltigen Ausbruch kam. Warum dieser Ausbruch? Nun, Sie haben ja die Bilder gesehen. Wir müssen ja diesen Jet machen. Dieser Jet ist ja Plasma. Mit 90% Lichtgeschwindigkeit kommt das da rausgeschossen. Nun, wie kann man Material so hoch beschleunigen? 90% Lichtgeschwindigkeit. Das ist fantastisch. Naja, nehmen wir die rechte Hand. Nehmen wir an, in der Scheibe, in dieser drehenden Scheibe sind Magnetfelder drin. Jetzt nehmen wir die rechte Hand und lassen die Magnetfelder in unseren Fingern laufen. Ja, es dreht sich so. Und was haben wir im Daumen? Na klar, den Strom. Solche drehenden Magnetfelder induzieren einen solchen Strom. In diesem Strom, dieser Strom wiederum, hat solche Magnetfelder. Nun kann das Plasma aus solchen Magnetfeldschläuchen nicht einfach raus, sondern ist gefangen. Das versuchen wir ja zum Beispiel in unseren Laboratorien im Tokamak. Wir versuchen ja, ein Plasma zusammenzuhalten, damit es in unseren Laboratorien zur Kernfusion kommt. Damit hätten wir eine unendliche Energiequelle. Aber das ist ein anderes Thema. Solche Prozesse der Rotation von Magnetfeldern sind also etwas, was wir verstehen können. Das können wir prima verstehen. Das weiß jeder. Denken Sie an Ihren Fahrraddynamo. Kein Problem. Das Plasma schießt also raus und produziert die Jets. Wir haben noch nicht geklärt, warum die auf einmal so schnell aufhören, beziehungsweise warum sie so schnell verschwunden sind. Die Teilchen müssen wahnsinnig schnell ihre Energie verlieren, was nur dann funktioniert, wenn sehr starke Magnetfelder mit im Spiel sind, sodass die Teilchen ihre Energie sehr schnell abgeben und abstrahlen. Also, nehmen wir an, wir haben ein 10-sonnen-massen-schweres-schwarzes Loch mit einer Scheibe drumherum. Und auf dieses schwarze Loch muss die Masse ungefähr von einem Zehntel-Mondmasse draufgefallen sein. Auf einmal, auf einen Schlag. Und dann kann es in 20 Minuten 35 Sonnenleuchtkräfte an Röntgenstrahlung produzieren. Wie? Na ja, Masse und Energie sind einander proportional. Energie ist Masse mal mc². Ist Masse mc². So, c war die Lichtgeschwindigkeit. Die zum Quadrat mal der Masse gibt die abgestrahlte Energie. Natürlich nicht zu 100 Prozent, aber im Fall eines rotierenden schwarzen Loches, also wenn das sich noch dreht, immerhin fast zu 40 Prozent. Das heißt, 40 Prozent der Masse wird direkt in Energie abgestrahlt. Das ist jetzt sozusagen das Arbeitsmodell, an dem wir momentan stehen, was wir glauben, was dieses Objekt, was uns am 15. September 1999, so gegen 21 Uhr abends, zum ersten Mal erschienen ist. Eine Viertelstunde am Himmel, gute Viertelstunde am Himmel, 35.000 Sonnenleuchtkräfte, ein Jet rausgeschossen, das geht nur mit dem schwarzen Loch. Ich sagte ja schon, davon hat man jetzt zum ersten Mal was gehört und gesehen. Zum ersten Mal waren wir in der Lage, ein solches Objekt am Himmel überhaupt zu erkennen, weil wir so viele Satelliten im All draußen haben, die alle in der Lage waren, den Himmel sozusagen gleichmäßig zu überprüfen und abzusuchen. Wir werden in Zukunft möglicherweise noch mehrere solche Objekte entdecken, aber heute ist sozusagen das schwarze Loch, das uns am nächsten ist, dieses Objekt mit dem Namen V4641 Sagittarius. Und ich denke, wir werden in nächster Zeit sicherlich noch wesentlich mehr hören über solche Viertelstunden-Objekte. Ich hoffe, diese Viertelstunde hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, diese Viertelstunde hat Ihnen auch schon viel Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Viertelstunde hat Ihnen auch schon viel Spaß gemacht. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wenn ein Stern jahrmillionenlang im Inneren Material auf diesen Eisenkern geladen und die Höhlen schießen in 20.000 Kilometer pro Sekunde ins All und was übrig bleibt, ist ein schwarzes Loch. Vorausgesetzt, dieser Kern ist ungefähr schwerer als, sagen wir mal so, drei Sonnenmassen. Und abgesehen von diesem explodierenden Moment, nun, im Inneren verliert er seine Energiequelle, die äußeren Hüllen fallen unter ihrer eigenen Kraft zusammen, die Schwerkraft hat sozusagen tyrannisch die Macht übernommen, die schweren Hüllen knallen auf diesen Eisenkern drauf, alles fliegt auseinander, es wird noch mehr sein Wasserstoff zu Helium verbrannt, dann das Helium zu Kohlenstoff und Stickstoff verbrannt hat und zu Sauerstoff und zu Phosphor und zu Silizium und zum Eisen gekommen ist, dann hört der Stern auf. Im Inneren bildet sich eine Eisenkugel aus und der Stern erlischt scheinbar. Für einen winzigen Hüllen in einer Supernova-Explosion sieht man eigentlich nichts mehr. Denn ein schwarzes Loch heißt schwarzes Loch, weil es, Sie sagen es, schwarz ist. Nun sind schwarze Löcher ja überaus interessante Gebilde. Aber wenn sie schwarz sind, wie kann man denn überhaupt rausfinden, wo es welche gibt?